Willkommen Freunde zurück bei Dragon Age. Wir sind im Turm, wir müssen noch nach oben, um das Feuer zu entwachen und es war so klar, dass hier wieder welche hinterstehen. So, ist er geblockt? Ich glaube auch. In Ordnung. Eine Axt. Hier kriegst du mal zweites Axt und... So, das kriegst du mal zweites. Hast du hier noch was anderes? Nö, dann kriegst du jetzt... Du kannst doch das hier bestimmt nehmen. Okay. Und dein Metall ist nicht überlastet. So. Was wird uns hier wohl erwarten? Wir werden es sehen. Was ist los? Was ist los? Ihhh. Hi. Ähm. Ich will ganz ehrlich sagen, ich glaube das funktioniert hier und so nicht. Los. Wow. Aua. Okay, wir sind schon mal tot. Okay, wir sind schon mal tot. Der nächste ist tot. Der Hund ist tot. Der Hund ist tot. Das war's, Alter. Alles klar. Wenn du das kannst, dass du teuer. Jetzt ist guter Rad. Ich bin mir im Dorf. Der Hund ist tot. Autsch. Okay, der eine schon mal wird tot. Der eine schon mal ist. Auf die Säge ist der eine schon mal ist. Undestort. Lass uns! Nee, Leute. Ich hab ne Idee. Passt mal auf. Ich weiß schon nicht, ob das so viel bringt. Aber. Ach, der ist schon auf... Der ist ja schon hier drauf. Nee, ich sollst mal hier drauf, dass der auch... Was haben wir hier als anderes gehabt? Nein, ist ja Quatsch. Bleiben hier. Der Hund hat wohl... Hoppala. Nioh. Leute, Angriff. In Ordnung. Okay, der ist schon tot. Ja, das kann ich auch gar nichts. Was? Was? Mal. 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 Wie können wir den besiegen? Wunderschöne! 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 Nein, lass los! Oh, wir hätten es fast gehabt. Wir hätten es fast geschafft. Meine Güte. Okay, nochmal. Oh, da war gar keiner mehr. Hallo? Oh, lass los, Mann! Okay, der nächsten Schloss. Oh, da war ich. 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 Oh, das ist blöd, wenn der ein Fest zählt, dann hat man gerade schon verloren. Was ist das? Oh man! Wir haben fast keinen Schaden gemacht. Entschuldigung, wir haben noch einen solchen Leuten. Das kann nicht sein. Der zweite ist tot. Schade, ich hatte gehofft, er trifft nicht. Na gut. Ihr drei. Ihr drei? Ihr drei? Deine Wüste stellt sich bei der Hälfte an. Wir spielen jetzt für jeden Fall. Nein... Und, wer? Ich nehme die Hälfte an! Was ist das denn? Ich nehme die Hälfte an. Ach... Schade... Dann mach mal den Magier, weil das ist gar nicht mal so blöd, was wir hier gemacht haben. Dann mach mal den Magier. Wieso kann ich den jetzt nicht angreifen? Jetzt greift er nicht mehr an. Nein! Fast hätten wir es gehabt. Fast hätten wir es gehabt. Fast hätten wir nicht mehr an. 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 das ist aber auch ein scheißvieh unglaublich was machst du denn Pause 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 palette Pause 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 Place Schnell! Entzünden wir es, bevor es zu spät ist! Entschuldigung! Wie sollen wir es denn jetzt entzünden? Aber selbstverständlich! Ah, ja, klar. Zu kompliziert gedacht, würde ich mal sagen. Was ist mit dem König? Sollten wir nicht... Tut, was ich befehle. Hä? Rückzug, ihr alle! Bewegung! Oh, jetzt rückzug... Hä? Was bist du denn für einer? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. So kann man es natürlich auch machen. Oh. 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 was wird das denn tödlicher schlag jetzt machen wir mal okay von da ich würde mal sagen ich würde mal sagen das war's für heute wir sehen uns beim nächsten mal hier wieder das ist eine lederrüstung die bleibt man da drin in ordnung zu ok gut von ich würde sagen das war's für heute wir schauen mal was im nächsten partie so passiert und ich erst mal bis dann und schau